Hey Leute und willkommen zurück zu Super Dragon Ball Heroes. Heute erstellen wir zum ersten Mal eine Karte. Ich habe mega Bock drauf, mir selbst mal eine Karte zu machen. Das Geile ist ja nämlich, ihr könnt diese Karte im Story Modus verwenden. Wir können mit unserer erstellten Karte im Story Modus kämpfen. Wird ein bisschen schwierig, da man gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Zeige ich euch gleich noch, damit sie stark genug ist, die Karte ist gar nicht mal so einfach. Und Leute, es wurde angekündigt von Bandanamco, ein Trailer. Es kommt bald ein Update. Haben wir ja schon gesehen, Broly kommt ja zum Beispiel aus dem Movie. Und eine kostenlose Demo wird erscheinen. Das heißt, für jeden, der sich denkt, ich weiß nicht so recht, ob ich das Spiel kaufen soll. Es kommt eine Demo, wartet auf die Demo und spielt das Spiel dann mal ein bisschen an. Könnt ihr sie rumtesten, aber jetzt geht es los, wir erstellen unsere erste eigene Karte. Dazu, Leute, gehen wir natürlich mal ins Menü, in unser Abendbändchen und zwar in den Erstellmodus. Klingt schon mal richtig, ne? Wenn ihr zum ersten Mal, und das ist links Karte bearbeiten, so. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, bekommt ihr ein Tutorial. Mega praktisch, mega gut. Das braucht ihr auch. Guckt euch das Tutorial an, Leute. Dann Karte erstellen und dann könnt ihr euch hier eine leere Karte aussuchen, die ihr entweder im Shop kaufen könnt, also eine leere Karte im Shop kaufen, oder euch durch die Stories und so weiter erfarmen könnt. Die droppen sozusagen so wie ein Ticket oder so. Und deswegen habe ich auch schon so relativ viele, weil die halt ständig mal wo droppen, ne? Dann gibt es noch eine Suchoption. Wir suchen, ich habe keine vier Sterne, wir nehmen mal drei Sterne. Und dann, machen wir die Cam aus, seht ihr auf der Karte, also die Karte hier links, die grüne Karte, rechts oben eine Zahl. Und je höher die Zahl, umso stärker die Karte. Das ist das Wichtigste, worauf ihr achten müsst, auf die Zahl rechts oben auf der Karte. Also 16.700 hier ist unsere stärkste. Die nehmen wir jetzt. So, dann überschreiben wir mal dieses Tutorial, Dingsbums. Und jetzt können wir frei rumwurschteln. Leute, da kann man sich stundenlang drin verlieren. Welchen Charakter ihr hier draufsetzt, ist für die Stärke der Karte komplett egal. Das heißt, wir können uns einfach eine aussuchen. Wir haben hier zum Beispiel diesen niceen Gohan. Wir haben hier Tova. Boah, es wird schwer, Leute. Es wird echt schwer. Es wird echt schwer, sich hier was auszusuchen. Also, diese ganzen Helden hier habe ich freigeschalten. Durch eben die Kampagne spielen und so weiter, wie gesagt. Und ihr mehr spielt, umso mehr schaltet ihr frei. Und alles ziemlich ein geiles Konzept, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal einfach den Gohan hier. Drücken mal drauf. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können ihn A auf der Karte rumbewegen. Wir können ihn drehen. Und wir können ihn größer und kleiner machen. Guckt euch mal diesen kleinen Gohan an. Das ist doch schön, oder? Machen wir so. Also, ihr könnt die Größe ändern. Ihr könnt es drehen, wie ihr wollt. Ein bisschen schräg. Oh, ist ziemlich cool. Was ich gerne versuchen würde, ist zwei Karten draufzusetzen. Also, wir nehmen mal den hier an. Und gucken mal, ob wir noch einen zweiten draufkriegen. Geht das ja? Mh, test mal ein bisschen rum. Nö, lässt er mich nicht. Hm. Wir gucken mal weiter. Aussehen der Karte. Ja, so geht's hier. Okay. Aussehen der Karte kann man jetzt den zweiten draufsetzen. Und Goku zum Beispiel. Und How Bye Bye. Ich würde sagen, wir machen mal eine lustige Mischung aus zwei der Helden, die mir am besten gefallen besitzt. Und zwar nehmen wir Tova. Und wir nehmen mal einen Gohan drauf. Wenn das sich vom Platz her ausgeht. Nö, das sieht komisch aus. Man kann die Karte leider nicht spiegeln. Okay. Tova, das passt nicht. Das passt nicht. Unsere anderen Helden zu um. Hätten wir den bösen Go-Ten. Mh, noch ein kleiner. Oh, das ist schwierig. Ich würde gerne noch was drauf basteln. Einfach just for fun. Und ein bisschen irgendwas drauf wurschteln. Oh, ja, die Fusion. Ja, natürlich. Oder ein kleiner. Mh, mh, mh. Mh, schwierig, Leute. Oh, das ist schwierig. Aber ich würde die Karten halt gern spiegeln können, ne? Boah, ich weiß nicht so recht. Und hat den noch dazu drauf? Ich würde das aussehen. Und den hier dazu drauf packen. Mh. Ja, wir erstellen uns einfach einen Doppel-Go-Hart. Scheiß drauf. Das wird lustig. Das machen wir. Das machen wir. So, jetzt haben wir zwei Charaktere drauf. Jetzt können wir uns einen Hintergrund aussuchen, den man sich genauso sozusagen freischaltet. Ich finde das Konzept mega geil, ne? Ich feier das, ne? Ich feier das wirklich hart. Eigentlich passt das. Das ist das Standard-Ding, was jeder hat. Das passt eigentlich ganz gut. Nehmen wir das Standard-Ding. Dann kann man rechts oben weitergehen. Auf Effekte. Uuuuh. Oh, Leute. Da kann man Stunden in diesen Karten-Modus verbringen. Leck mich fett. Oh, Gott. Aber keine Angst, wenn jetzt irgendwas im Weg sein sollte. Ihr könnt auch die Stufen ändern. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Hm. Oh, es ist schwierig. Neh mal das. Änderts ein bisschen. Hm. Oh, das ist schwierig. Hm. Ich überlege noch. Ich überlege noch. Wir werden ein bisschen rumprobieren. Wir setzen es mal mittig hin. Just for fun. Und können dann eine noch rumprobieren. Dann gibt es natürlich noch einen Rahmen. Ihr braucht natürlich einen Rahmen, damit ihr eure Stärke der Karten seht, welcher Typ er ist und so weiter. Und die kann man sich auch freischalten. Ich glaube, wir nehmen hier mal lila. Das passt irgendwie ganz gut. Und dann haben wir das mal alles fertig. Und hier können wir es bearbeiten. Hier können wir die Sachen verschieben. Hm. Ich nehme mal das zum Beispiel. Anzeigen. Reihenfolge. Und schieben das mal. Nach hinten. Hm. So. Zwischendrin ist auch cool. Damit der eine Goku. Äh. Go. 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 Han. Meine Bräse. Bisschen weiter vorne ist. Ein bisschen durchwurschteln. Ha. Ha. Genau. Bestätigung. Gucken uns das Ganze mal an. Jetzt seht ihr links. Wir haben halt komplett. Das Layout verändert. Jetzt ist der eine Gohan im Hintergrund. Die Attacke dazwischen. Und der Gohan im Vordergrund. Der andere. Finde ich ein lustiges Konzept. Dass man hier so rumwurschteln kann. Finde ich geil. Finde ich geil. Dann gibt es noch den Angriffsstil. Nahkampf oder Key Explosion. Steht auch unten dabei. Was das macht. Nahkampf ist eher so. Auf die generischen Lebenspunkte zerstören. Das bleiben wir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zur Werte erhöhen. Das Leute. Ist der Punkt. Warum es so wichtig ist. Dass auf der Karte rechts oben. Ein möglichst hoher Wert steht. Ihr könnt nämlich hier. Eure anfangen. Eure Punkte zu verbrauchen. Wenn ihr seht. Wir gehen jetzt hier mal über auf 1000. Zum Beispiel. Und seht ihr. Wie die Zahl oben immer kleiner wird. Und wenn ihr euren AE Balkengeschwindigkeit senken wollt. Seht ihr. Da gehen wir mal ganz runter. Der Balken geht jetzt ganz langsam. Was für mich ja sehr gut ist. Dann braucht das alles Punkte. Wir gehen mal runter auf so. Und ja. Jetzt könnten wir die ganzen Kraft und so noch erhöhen. Das machen wir aber noch nicht. Wir lassen es erst mal so. Denn wir brauchen auch noch einen super Angriff. Und hier können wir jetzt. Seht ihr auch auf der Karte unten erscheinen. Gelligstrahl zum Beispiel. Finaler Glanzangriff. Bla bla bla. Hier können wir jetzt eine Attacke ihm geben. Die ich schon freigeschalten habe. Dunkler Final Flash. Passt eigentlich ganz gut. Ich meine die kennen wir da aus. Ganz gut. Und zur Karte. Vom Aussehen hier. Zeitsprung. Chaos Kugel. Wird auch ganz gut passen. Dunkler Final Flash. Auch ganz geil. Das ist schwierig. Gott kann mir mehr. Ja. Wir nehmen mal den dunklen Final Flash. Weil das einfach gut reinpasst in unsere Kartenoptik. Und das kostet Punkte. Ihr seht. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier drüben rechts steht benötigte Punkte 1500. Das hier braucht nur 1000. Das 2500 hat. Und so weiter und so weiter. Also wir bleiben bei 1000. Und dann kann man noch einstellen. Wie viel Energie das Ganze braucht. Wie stark das Ganze sein soll. Und so weiter. Wir bleiben mal so bei 6 würde ich sagen. Dann kann man noch die Fähigkeiten festlegen. Ihr seht Leute. Ihr könnt hier den ganzen Tag rumwurschteln. Leute. Ihr könnt den ganzen Tag rumwurschteln. Wir können ihm zum Beispiel die Fähigkeit geben. Dass er. Wo war es jetzt hier. Feueriger Super Saiyan 4. Einfach so. Einfach so. Das mächtige Prinz. Und so weiter. Und wenn ihr wissen wollt was das ist. Einfach auf X drücken. Dann seht ihr was das macht. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Wir nehmen mal eins. Das mache ich sehr gerne. Weil es so random ist. Immer bekommt man 10 oder 1000 oder 10.000 Kampfangriff dazu. Zack. Da steht jetzt alles links auf der Karte drauf. Das finde ich so geil. Und dann könnt ihr hier noch eine Sache festlegen. Und zwar. Welche Fähigkeiten er benutzen kann. Hier zum Beispiel. Uns in den Super Saiyan 1. als Bardock zu verwandeln. Die ganzen Sachen halt. Die ihr kennt. Die Fusionsangriffe. Und so weiter. Und so weiter. Was könnte man denn hier nehmen? So Schlachtrufe. Ihr könnt alles nachlesen wieder. Konteransturm finde ich immer ziemlich geil. Dreifachangriff. Wird von YouTube gesperrt. Kräfte, Räuberwäsche. Ihr könnt hier aussuchen, was ihr wollt. Wir nehmen mal den Konteransturm. Krasse Fähigkeit drauf. Und dann gibt es noch Einheiteneffekte. Also ihr seht Leute. Es ist so krass. Was sind Einheiteneffekte? Hier könnt ihr euch mit euren Verbündeten dann zusammenschließen sozusagen. Ihr seht jetzt nämlich links auf der Karte. Hier links unten. Steht nun Eliteabwehr und so weiter und so weiter. Und das. Damit könnt ihr dann. Was soll ich sagen? Ihr könnt dann ein Team aufbauen. Ich zeig's euch gleich mal. Wir nehmen einfach irgendwas einfach mal. Wie es euch zeigen kann. Und dann könnt ihr euch ein Team hier bauen. Unsere Karte soll zusammen mit zum Beispiel. Mit einer anderen Gohan Karte. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Mit Gogeta, mit Gogoblack. Mit Gogeta GT. Er soll einfach zusammen funktionieren damit. Wir nehmen mal Gogeta GT. Dann haben wir noch einen Helden dazu. Einfach nur mal zum Zeigen. Nur mal zum Zeigen. Dann nehmen wir noch einen dunklen Broly dazu. Einfach so Just for Fun. Also wenn diese drei Helden sich dann in eurem Team befinden. Dann könnt ihr damit den Einheiteneffekt auslösen. Also alle drei zusammen ergeben dann eine Einheit. Kennt ihr ja von anderen Karten, die wir schon gespielt haben in der Kampagne. Und dadurch aktiviert sich dann die Fähigkeit. Und jetzt seht ihr rechts oben. Wir haben jetzt noch 8700 übrig von 16.700 Punkten. Das heißt, wir können jetzt hier noch zum Beispiel sagen. Boah, wir erhöhen die Kraft noch so weit, wie wir Punkte haben. Wie hoch geht das eigentlich? Ohne 5000er Karte ist okay. Aber wir können die Punkte nicht aufteilen hier. Auf so hier zum Beispiel. Den Rest, den Attack, zack, bestätigen. Jetzt hat er die Kampfkraft. Sieht ihr alles auf der Karte oben drauf. Ich sehe jetzt nur die Sterne links oben. Wir haben die Karte bearbeitet. Welche Effekte sie haben. Mit welchem Team sie gut zusammen funktionieren. Welche Attacke sie benutzen. Welchen super Angriff. Wie viel Energie der super Angriff kostet. Und so weiter und so weiter. Ich finde das einfach nur mega sexy, Leute. Dann können wir das Ganze abschließen. Und die Karte benennen. Wir nennen sie mal... Gute Frage. Nennen sie einfach mal... Gohan. Ne, nennen sie Gohan... Power. Die gute alte Gohan Power. Bestätigen. Nein. Ach, verdrückt. Ah. So. Karte überschreiben. Ja. Unser Koko ist jetzt weg. Karte abgeschlossen. Diese Karte können wir nun in der Story benutzen. Und im Modus, wo man eigene Missionen erstellen kann. Hier seht ihr jetzt auch rechts oben nochmal. Seine Angriff. Seine TP. Seine Abwehr. Wie er heißt. Welche Karte wir genutzt haben. Und so weiter. Ich finde das einfach nur mega lustig. Das kann ich den ganzen Tag machen. Das Problem ist nur, man braucht halt, wie gesagt, sehr starke Basiskarten. Also wo der Wert ziemlich hoch ist. Ihr braucht die ganzen Helden. Ihr müsst die Helden erstmal freischalten. Ihr müsst die Fähigkeiten freischalten. Dies, das, anders. Die Hintergründe und so weiter. Das schafft ihr alles, wie gesagt, wenn ihr einfach nur das Spiel spielt. Spielt den Story Modus durch. Spielt online, was auch immer ihr wollt. Spielt alles gemütlich durch. Dann farmt ihr die ganzen Sachen. Und wie gesagt, man kann auch im Shop, wir gehen jetzt mal in den Shop, da kann man auch noch Sachen kaufen natürlich. Die Basiskarten im Shop sind aber ziemlich teuer, die sehr stark sind. Aber ich feiere das, ne. Ich habe meine erste eigene Karte erstellt. Ich finde sowas einfach nur cool. Und vor allem, dass man sie im Story Modus nutzen kann. Also wenn man sehr viel gefarbt hat und sehr Glück hatte und gute Sachen bekommen hat, kann man sich halt mächtige Karten erstellen, Leute. So, Erstellladen seht ihr jetzt unter mir. Und hier könnt ihr jetzt viele Sachen kaufen. Jetzt kommen wir kurz rein. Was kostet uns eigentlich jetzt zum Beispiel, ähm, 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 eine leere Karte? Hier. Eine leere Karte, oh Gott. Eine, die mächtigste leere Karte kostet uns 20 Millionen Zeni. GG. Und die Karten darüber, wie ihr seht, die Karten darüber, die eine Million Zeni kosten, sind schwächer als die Karte, die wir gerade gebaut haben. Ne, also wir haben schon eine sehr gute Karte. Aber nur, wenn man eine bessere Karte will, muss man entweder verdammt viel Glück haben beim Farmen, beim Looten und Leveln, ne? Oder für 20 Millionen Zeni sich eine gönnen. Ist Hardcore. Man kann sich hier auch die ganzen Charaktere kaufen. Finde ich auch geil. Werde ich auch ein bisschen rumsuchen, bisschen rummachen, äh, rummachen, bisschen rumtun. Gibt's auch noch mehr. Hier war zum Beispiel gerade Gohan mit Goku im Kampf und so weiter. Also man kann sich hier die ganzen Charaktere auch holen. Man kann sich die Hintergründe hier gönnen. Die sind überhaupt nicht teuer. Es gibt so viele Hintergründe, Leute, guckt euch das an. Oh Gott. Also im Shop könnt ihr euch austoben, ne? Die ganzen Rahmen. Oh Gott, ist das sexy. Die ganzen Effekte. Ach, leckt mich doch am Arsch, Leute. Oh fuck. Oh Gott. Da kann man den ganzen Tag dran rumwurschteln, ne? Leeren Karten, ja, wie gesagt, sind halt ziemlich teuer. Hier seht ihr zum Beispiel 22.900 auf der Karte draufstehen. Unsere gerade hat es 16.000 irgendwas. Die hier haben nur 14.000 und so weiter und so weiter. Also ihr könnt euch hier im Shop sehr austoben, Leute, ne? Nur um das auch nochmal zu erwähnen. Also ich feiere das Karten erstellen sehr und werde natürlich das in Zukunft nochmal machen. Aber erstmal fleißig werde ich jetzt nun die Sticker farmen, beziehungsweise die Karten sammeln. Hoffen, dass ich eine stärkere Basiskarte bekomme. Denn das, wie gesagt, ist das Wichtigste, dass ihr einen hohen Wert auf eurer Karte draufstehen habt. Leute, probiert das gerne mal aus. Es macht mega Spaß. Ich wollte es jetzt mal machen. Einfach so als kleines Special mal austesten. Wie gesagt, es kommt bald ein Update. Mega geil. Und es kommt bald eine kostenlose Demo. Also dann könnt ihr alle mal ins Game reinschnüffeln. Gönnt euch einfach die Demo. Wenn sie da ist, sage ich euch Bescheid. Gestern gab es eine Story-Folge von Super Dragon Ball Heroes. Wer sie nicht gesehen hat, schaut doch gerne mal rein. Gestern gab es ein 15 Jahre altes Retro-Opening. Also 15 Jahre alte Dragon Ball Karten. Schaut auch gerne rein. Oder durch ein Dragon Ball Legends Video. Was heute noch kommt, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich weiß es selber noch nicht. Denn in Dragon Ball Legends ist bisher kein Ost-Event. Finde ich ziemlich traurig. Aber Leute, viel Spaß erstmal mit dem Karten erstellen Modus. Es macht mega Spaß. Und macht auf jeden Fall das Tutorial. Damit lernt ihr sehr viel. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da. Werdet Teil der Community. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was bisher eure stärkste Karte ist. Habt ihr so eine 20 Millionen 10i Karte gekauft? Oder was ist bisher euer höchster Wert? Ich bin nochmal sehr gespannt. Vielleicht machen wir auch daraus mal einen kleinen Wettbewerb. Wer die schönste Karte erstellt oder so. Könnte man was Lustiges machen in Zukunft. Ein kleines Community Battle oder so. Mal gucken, was uns also einfällt. Leute, auf jeden Fall viel Spaß. Haut rein. Frohe Ostern nochmal auch hier. Und ciao. Mal gucken, was wir sehen uns beim nächsten Mal.